Es gibt eigentlich drei Gründe, warum ich mich wirklich besonders freue, Ihnen heute hier etwas über Nachhaltigkeit erzählen zu dürfen. Grund Nummer eins, ich habe an dieser Uni, das ist meine Uni, ich habe hier studiert, sieben Jahre, von 1992 bis 1999. Ich kann Ihnen auch dazu mehr sagen, ich habe meine Diplomarbeit geschrieben am Lehrstuhl für internationales Management, damals bei Professor Dr. Perlitz. Und die spezielle, ich weiß, es hat sich ja jetzt alles geändert, es gibt ja jetzt Bachelor und Master, damals hat man einfach das Diplom gemacht, wie der Mann immer sagt. Da gab es dann zwei spezielle, die habe ich gehabt bei Professor Bauer im Marketing und bei Professor Kieser in der Unternehmensführung. Ob die noch da sind oder nicht, können wir ja nachher mal schauen. Das ist der erste Grund, warum ich mich besonders freue. Grund Nummer zwei, Frau Dr. Schoens hat es schon gesagt, Fuchs Petrolupsal, muss ich nichts dazu sagen. Und Grund Nummer drei ist wirklich, wir haben bei Fuchs, dann sage ich vielleicht auch was zu Competitive Intelligence, ich bin also seit 16 Jahren bei der Firma Fuchs und das Thema, was wir weiter neben der Nachhaltigkeit schon immer hatten, ist das Thema Competitive Intelligence. Was bedeutet das ganz kurz? Wir gucken uns die Schmierstoffmärkte an, wir analysieren die Märkte, wir gucken uns vor allem die Wettbewerbslandschaft an, auch im Hinblick darauf, welche Firmen vielleicht attraktiv zum Kauf sind. Die Firma Fuchs ist, komme ich nachher kurz drauf, nicht nur organisch gewachsen, sondern auch durch Akquisitionen. Und wir gucken uns Produktportfolien und so weiter das alles an. Das ist das Thema Competitive Intelligence und vor fünf Jahren kam das Thema Nachhaltigkeit zu meiner Abteilung hinzu. Und insofern würde ich Ihnen gerne ein bisschen was darüber erzählen, was wir in den letzten fünf Jahren auf den Weg gebracht haben. Und habe es dann in drei Teile aufgeteilt, also wie gesagt, Fuchs noch ein paar Daten, dann das Marktumfeld, in dem wir uns bewegen, denn wir haben versucht, die Nachhaltigkeit an der DNA unseres Unternehmens zu orientieren. Insofern ist es wichtig, kurz zu skizzieren, in welchem Marktumfeld wir uns überhaupt bewegen. Und ja, als dritter Punkt die Nachhaltigkeit. Was charmant ist für diese Woche, es war eine, ohne jetzt da auf die Tränendrüse zu drücken, eine relativ anstrengende Woche. Wir haben nämlich dieses Jahr unser Global Management Meeting, was wir einmal im Jahr haben, etwas später gehabt, im April. Das fand Anfang dieser Woche statt. Und dann gab es noch andere Geschichten. Das Schöne dabei ist, verschiedene Sachen wurden jetzt nur bei diesem Global Management Meeting, also vor zwei Tagen, neu, sagen wir mal, gelauncht oder gestartet. Unter anderem das Layout dieser Präsentation. Ich kann Ihnen, glaube ich, sagen, dass Sie einer der Ersten sind, selbst innerhalb der Fuchs-Gruppe, die dieses neue Layout sehen. Und wir haben einen ganz neuen Fuchs-Film veröffentlicht. Den hat, glaube ich, auch innerhalb der Fuchs-Gruppe noch kaum einer gesehen. Und ich kann den heute mit Ihnen teilen. Und insofern tue ich das jetzt. Wie wird aus einem Ein-Mann-Betrieb ein weltweit führendes Schmierstoff-Unternehmen? Wir von Fuchs haben darauf eine klare Antwort. Wir konzentrieren uns auf das, was wir seit über 80 Jahren erfolgreich machen. Schmierstoffe. Wir verstehen die Anwendungen und Prozesse und Sachen. Und schätzen die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Lubricants, Technology, People. Dieser Drei-Klan bildet seit 1931 den Kern unseres Unternehmens und wird heute von allen Gesellschaften der Fuchs-Gruppe gelebt. Weltweit fokussieren wir uns zu 100% auf unser Kerngeschäft. Die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Schmierstoffen und verwandten Spezialitäten. Mit mehr als 10.000 Produkten bieten wir unseren Kunden ein Vollsortiment in fünf Produktkategorien, in höchster Qualität und für nahezu alle Industrien und Anforderungen. Unser weltweites Expertennetzwerk für Forschung und Entwicklung arbeitet gemeinsam an ganzheitlichen Schmierstofflösungen für die vielfältigsten Anwendungen unserer Kunden. Innovativ, prozessorientiert und maßgeschneidert. Wir bündeln interdisziplinäres Know-how schnell und effizient und investieren bereits heute in die Schlüsseltechnologien von morgen. Wir fördern ein hohes, persönliches Engagement unserer Mitarbeiter und ermöglichen individuelle Freiraum. Wir verstehen uns als ein Team und rücken für ein faires, offenes und partnerschaftliches Miteinander ein. Weltweit verkaufen uns mehr als 100.000 Kunden aus unterschiedlichsten Industrien und Branchen. Weltweit verkaufen uns mehr als 100.000 Kunden aus unterschiedlichsten Industrien und die Schmierstoffe kommen überall dort zum Einsatz, wo es darum geht, Treibung zu reduzieren und Kraftübertragung zu optimieren. Unsere Produkte erfüllen höchste Qualitätsanforderungen. Sie reduzieren Materialverschleiß und Ölverbrauch auf ein Minimum, halten höchsten thermischen Belastungen statt und maximieren Laufzeiten und Wesselintervallen. Sie schützen zuverlässig vor Korrosionen und Ablagerungen, helfen Kraftstoff zu starren und CO2-Emissionen zu verringern. Sie sind lebensmittel- und umweltverträglich und vieles mehr. FUPS-Schmierstoffe stehen für Leistung und Nachhaltigkeit, für Sicherheit und Zuverlässigkeit, für Effizienz und Kostenersparnis. Sie stehen für ein Verstreichen, Technologie, die sich auszahlt. Ganz gleich, welche Anforderungen an unsere Schmierstoffe gestellt werden, die bringen für jede Anwendung das passende Produkt zum Einsatz. Tag für Tag entwickeln wir das Potenzial von Schmierstoffen weiter. Wir sind mehr als ein Lieberat von Schmierstoffen. Wir sind Lösungsanbieter, Entwicklungspartner, Wehenglüber und Innovationsstreiber und sind erst dann zufrieden, wenn unsere Kunden, Lieberat, Geschäftspartner und Investoren uns als ihren Partner für Schmierstoffe bezeichnen. You're the kids, technology, people. FUPS. So, das ist der Film. Wenn Sie sich fragen, warum guckt der so gespannt selber immer auf den Film? Wie gesagt, der ist brandneu. Ich habe den jetzt auch erst einmal gesehen und der liegt auch auf Englisch vor und ist ganz ordentlich geworden, wenn ich das sagen darf. So, es gibt auch weitere Neuerungen. Um das ganz kurz zu sagen, wir hatten seit Beginn diesen Jahres, hat sich der Vorstand teilweise neu zusammengesetzt. Wir haben wieder, kann man sagen, fünf Vorstandsmitglieder. Das war zwischenzeitlich anders. Und unten aufgeführt sind zwei neue Vorstandsmitglieder. Und ich möchte Ihnen nur ganz kurz sagen, wer für was verantwortlich ist, weil das hatten wir auch lange Zeit anders strukturiert. Also ganz links, der Stefan Fuchs ist der Vorstandsvorsitzende und ist verantwortlich für Strategie, Unternehmensentwicklung und regional. Wir haben also eine typische Matrix-Organisation in der Fuchs-Struktur. Ist er verantwortlich für die Regionen Nord- und Südamerika. Der Dr. Reinbold hier ist verantwortlich für die Region Europa, Gesamteuropa, Ost- und Westeuropa. Die Frau Steiner, die neu hinzugekommen ist, war vorher in der Investor Relations Abteilung, ist verantwortlich für Finanzen, Controlling, Recht, Steuern. Also ist CFO und der Dr. Reister, ein sehr junges Vorstandsmitglied, noch unter 40 Jahre, ist verantwortlich für die Region Asien-Pazifik, nahe Mittlerer Osten und Afrika. Und ich habe jetzt nicht einen vergessen, aber den möchte ich gerne zum Schluss erwähnen. Das ist nämlich mein Chef, der Dr. Lindemann. Der ist verantwortlich für die ganzen Bereiche Technik, Supply Chain und Nachhaltigkeit. So ist also der Vorstand von unseren Unternehmen zusammengesetzt. Und ich denke mal, Sie können sich oder haben sich vielleicht schon auf unserer Homepage informiert über die Firma und da sind auch die ganzen Finanzinformationen drin und wir haben unseren Geschäftsbericht und unsere Finanzzahlen jüngst veröffentlicht. Deswegen langweile ich Sie jetzt nicht mit zu vielen Zahlen. Aber es gibt so eine Gesamtpräsentation, die ein paar Key Facts zusammengefasst hat. Also es ist ein Unternehmen, was in der dritten Generation jetzt ja von einem Familienmitglied geführt wird. Der Stefan Fuchs ist der Enkel des Unternehmensgründers. Wir sind, wir sagen immer gerne, ein familiengeführtes, aber börsennotiertes Unternehmen. Unsere Aktien sind im MDAX gelistet. Wir haben 5.000 Mitarbeiter, das war noch vor einem Jahr anders. Wir haben zwei große Akquisitionen gemacht im vergangenen Jahr, sind knapp 900 Mitarbeiter hinzugekommen. Wir sind die Nummer 1 in der Welt der konzernunabhängigen Schmierstoffhersteller. Was das bedeutet, habe ich später eine Folie, da kann ich Ihnen das besser erklären. Das ist für das Marktumfeld ganz interessant zu wissen. Wir haben erstmalig die Umsatzschwelle von 2 Milliarden Euro überschritten im Jahr 2015. Wir haben 50 Gesellschaften weltweit, davon sind 33 Produktionswerke. Und ein Garant aus meiner Sicht, nach 16 Jahren Fuchs, da kriegt man auch so ein bisschen den Geist mehr und mehr mit, aus meiner Sicht, der auch immer das Wettbewerbsumfeld anschaut, kann ich Ihnen sagen, ein Garant für unseren Erfolg, den wir haben, ist auch die Tatsache, dass mehr als 50% der Stammaktien von der Fuchsfamilie gehalten werden. Und wir haben ein Sortiment von ungefähr 10.000 Schmierstoffen und verwandten Spezialitäten. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, ich möchte Ihnen ein paar Slides zeigen zum Marktumfeld, weil das interessant ist und wichtig ist, um zu verstehen, wie wir Nachhaltigkeit bei Fuchs aufgebaut haben. Die Zahlen müssen Sie sich, glaube ich, nicht unbedingt merken, aber das Interessante hier ist, wenn man sich das anguckt, das ist also der Weltbedarf an Schmierstoffen, der Weltmarkt an Schmierstoffen und man kann eins eigentlich schon sagen, dass wenn man sich die letzten 7, 8 Jahre anschaut, da gibt es nicht so viel Bewegung auf der Mengenseite. Also im Prinzip könnte man sagen, der Markt ist bei 36 Millionen Tonnen gerundet im Jahr 2015 und da war er auch schon im Jahr 2007. Das Spannende eigentlich ist die regionale Dynamik und was unterhalb dieser 36 Millionen passiert ist. Das Phänomen hat man ja auch in anderen Märkten, also die Zusammensetzung ist völlig anders. Die Region Asien-Pazifik gewinnt mehr und mehr an Volumen dazu, an Bedarf dazu und im gleichen Maße verlieren die sogenannten Reifenmärkte in Westeuropa, Osteuropa und in Nord- und Südamerika an Menge. Und die Botschaft, die ich Ihnen da nur mitgeben möchte, ist, viele, auch wenn ich andere Präsentationen mal in der Branche halte, denken, oh, heißt es, die Wichtigkeit von Europa nimmt ab und die Musik spielt nur noch in Asien. Ganz so einfach ist es nicht, denn der Bedarf in Asien steigt mit zunehmender Motorisierung. Je mehr Industrialisierung und Motorisierung in Märkten ist, umso mehr Schmierstoffe werden gebraucht. In den Reifenmärkten ist es so, dass der Drang und der Hang sehr stark zu Qualitätsschmierstoffen geht. Man kann sich es vorstellen, wenn Motorenöl hochtechnologisch und qualitätsreicher ist wie früher, bleibt es länger im Motor, die Ölwechselintervalle werden länger, das heißt, der Schmierstoff ist qualitativ hochwertiger, aber dadurch geht der spezifische Bedarf in einem Jahr zurück. So gesehen kann man sagen, es ist mehr Qualität in diesen Reifenmärkten dahinter, die Menge geht dann dementsprechend runter und die Qualität in diesen Wachstumsmärkten oder Emerging Markets steigt. Es gibt auch mehr Leute, die jetzt ein Auto fahren, die vor zehn Jahren noch keins fahren konnten und insofern wächst da dann der Bedarf und in Summe sind wir bei einem stagnierenden Markt von 36 Millionen Tonnen. Man sieht es auch hier ganz kurz, der Pro-Kopf-Schmierstoffbedarf in der Welt ist fünf Kilogramm, also jeder von uns in diesem Raum verbraucht im Schnitt fünf Kilogramm Schmierstoffe, wenn er Auto fährt, wenn er die Tür irgendwo aufmacht, da sind auch Schmierstoffe drin, also im Schnitt verbrauchen wir fünf Kilogramm Schmierstoffe, aber Sie sehen ja, das ist zum Beispiel in Nordamerika, das hängt auch sehr viel mit dem Konsumentenverhalten dort zusammen, der Durchschnittsamerikaner verbraucht halt immer noch knapp 20 Kilogramm und der Europäer, beides reife Märkte, halt fast die Hälfte und hier sehen Sie, der Chinese und der Afrikaner nur ein Kilogramm, das heißt, da ist eine Menge Potenzial für Wachstum und wenn man das mal runterbricht auf die größten Schmierstoffländer, das sind die 20 größten Schmierstoffnationen der Welt, das ist, glaube ich, keine Überwachung, bei welchem Ranking ist China eigentlich nicht führend und die USA ist der zweitgrößte Markt. Interessant ist, um nur eine Sache zu sagen, wenn Sie jetzt hier so eine Linie ziehen würden, was den Pro-Kopf-Verbrauch angeht, dann ist es interessant, dass das zweitgrößte Land den zweithöchsten Pro-Kopf-Verbrauch hat, aber das größte Land den zweitniedrigsten Pro-Kopf-Verbrauch von diesen 20 hat, das ist auch wieder so ein Indikator für Wachstumspotenzial. Was wir dann gemacht haben, ich habe eingangs auch gesagt, wir gucken uns die Wettbewerbslandschaft an und das ist zwar eine alte Folie, die hört bei 2005 auf, aber ich habe sie ganz bewusst aus zwei Gründen hier drauf gemacht, einmal, weil ich Ihnen die Struktur der Industrie erklären kann und Nummer zwei, wir haben das quasi in der Intelligence bei Fuchs vor zehn Jahren als Studie gemacht und zwar nicht nur allein, sondern mit Knowledge Agent, das war von der Perlitz Strategy Group, so ein Spin-Off von drei Kollegen, die zusammen mit uns diese Studie gemacht haben und da haben wir versucht zu ermitteln, wie viele Schmierstoffhersteller gibt es denn überhaupt weltweit und wie viele davon sind sogenannte Majors und wie viele davon sind sogenannte Independents. Und das ist die Erklärung für, wir sind der größte unabhängige Schmierstoffhersteller. Die Schmierstofflandschaft müssen Sie sich so vorstellen, es gibt die großen Mineralölkonzerne, eine Shell, eine Exxon, eine Total, die haben also Upstream-Geschäft, die haben Downstream-Geschäft und das gesamte Schmierstoffgeschäft, was die auch haben, ist für die eigentlich ein Nischengeschäft und sie können sich mit Rohmaterialien quasi selbst versorgen, während die Unabhängigen, zu denen Fuchs gehört, am Ende der Prozess- und Wertschöpfungskette sind. Wir haben keine Raffinerien, wir müssen also alle Rohstoffe, Grundöle, Chemikalien, Additive, daraus wird ein Schmierstoff gemacht, hinzukaufen. Und deswegen unter diesen Unabhängigen sind wir der Größte, aber im Konzert der gesamten Schmierstoffhersteller sind wir in den Top Ten, da sind wir auf Platz 9. Und noch ein, ich gehe mal kurz zurück, noch ein Wort zu dieser Studie, ich kriege nämlich sehr oft die Frage, wenn ich das sehe, das ist ja hochinteressant, man sieht da die Konsolidierung in der Schmierstofflandschaft, da gab es eine Menge Konzentration, vor allem bei den mittelständischen und Sie sehen ja, die Anzahl hat sich hier bei den mittelständischen und kleinen Schmierstofffirmen fast halbiert innerhalb von 5 Jahren, also wir haben ungefähr 700 Schmierstoffhersteller am Ende von 2005 gehabt. Und die Frage, die ich immer bekomme ist, ja, das ist ja hochinteressant, aber wir sind 11 Jahre weiter, wenn ich es jetzt mal salopp sage, das braucht kein Mensch, dann sage ich ja. Aber wir wollen halt nicht einfach eine Zahl aus der Hüfte schießen, wie gesagt, da ist eine Studie dahinter und man kann nicht einfach extrapolieren. Ein Professor hier, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat mir damals schon gesagt, do not extrapolate, das war ein Gastprofessor von den USA, so einfach ist es nicht, denn natürlich gab es hier weitere Konzentrations- und Konsolidierungsbewegungen, aber wir haben ja einen Cut gemacht, wenn Sie hier unten mal schauen, wir haben natürlich nur die gezählt ab einem gewissen Volumen, alle Hersteller, die 1000 Tonnen oder mehr machen und in den letzten 10 Jahren sind sehr, sehr viele kleine in Asien und Afrika, die hier noch nicht gezählt wurden, natürlich gewachsen. Das heißt, sie haben eigentlich zwei Effekte, Konzentration auf der einen Seite, auf der anderen Seite kleine, die groß werden und ich kann Ihnen nicht sagen, ob das jetzt 300 sind, 500 oder vielleicht sogar wieder 700, es wäre vielleicht mal an der Zeit, eine neue Studie zu machen in Kooperation mit der Uni Mannheim, also das ist die Zahl, mit der wir leben, was wir dann wenigstens anbieten, wenn ich in der Branche mal Vorträge halte, ist dann, was wir gemessen haben, ist, wie viele M&A-Deals in der reinen Schmierstoffindustrie gab es dann. Also Sie sehen, es gibt nicht so viele, im Jahr 2015 gab es 18 reine Übernahmen oder Auflösung in der Schmierstoffindustrie und ja, wir sind ein bisschen stolz, sagen zu können, dass zwei von diesen 15 oder 18 konnten wir erreichen, wir haben zwei große Firmen, eine in Schweden und eine in Hamburg, in Deutschland akquiriert und insofern müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht die Studie irgendwann wiederholen. Das ist das, was ich gesagt habe, das ist meine letzte Folie zum Umfeld, dann möchte ich über Nachhaltigkeit sprechen, aber Sie sehen ja hier, das sind die Top 20 Schmierstoffhersteller und die ersten neun, nee, Entschuldigung, die ersten acht, das sind alles die bekannten Größen, die auch im Tankstellengeschäft sind, die Rohöl fördern, die Mineralölprodukte machen und auf Platz neun kommt dann halt eben der erste unabhängige Schmierstoffhersteller, der ist dann Fuchs, nur um das zu Ende zu führen, der zweite größte Unabhängige ist dann zum Beispiel hier eine Firma Valvoline, die vielleicht bekannt ist, die sehr stark in den USA tätig ist. Letzter Punkt noch zur Intelligence und zur Wettbewerbslandschaft. Im Moment, damit meine ich so die letzten zwei, drei Jahre, ist da sehr, sehr, sehr viel Bewegung in der Wettbewerbslandschaft, denn der Schmierstoffindustrie, denn es verändern sich viele Sachen. Ich will nicht zu arg ins Detail gehen, aber es gibt zum Beispiel viele große, die sich aus Nischengeschäften zurückziehen. Es gibt wieder Möglichkeiten für kleine Firmen wie Fuchs, Sparten aufzukaufen. Dann gibt es sehr viele neue Marktteilnehmer, die bis vor fünf Jahren noch überhaupt nicht in der Schmierstoffindustrie tätig sind, zum Beispiel aus der Zuckerindustrie kommen, aus Brasilien, der größte Zuckerhersteller, hat vor fünf Jahren begonnen, sich zu überlegen, Mensch, Schmierstoffindustrie, interessant, könnte ich ja Geld verdienen und kauft dann sehr viele kleine Firmen auf. Wir haben also sehr viele neue Marktteilnehmer. Wir haben auch Restrukturierung bei den Großen, die einzelne Schmierstoffdivisionen als, ich sage es mal auf Englisch, Standalone Unities aufstellen, weil die denken, damit können die mehr erreichen. Wir haben auch hier, was heißt Globalisierung, NOC steht für National Oil Companies, also wenn Sie denken an so Märkte wie Russland oder China, da gab es nationalstaatliche Konzerne wie so eine Petrochina oder eine Luke Oil, die vor fünf, sechs Jahren nur auf ihren Heimmärkten tätig waren und dann gesagt haben, Mensch, ich könnte ja auch mal nach Afrika gehen, ich könnte ja auch mal nach USA gehen, also das bedeutet Globalisierung. Vertikale Diversifizierung, habe ich extra reingemacht, weil es so ein schöner Marketingterm ist, ja, was heißt das? Es ist eine Vorwärtsverlagerung, es gibt viele Zulieferer der Schmierstoffindustrie, die früher nur Rohmaterialien geliefert haben und nicht im fertigen Schmierstoffgeschäft waren, die sich überlegt haben, Mensch, wenn ich die Rohmaterialien liefere, vielleicht kann ich da auch ins Fertigproduktgeschäft einsteigen, das erhöht natürlich den Wettbewerbsdruck für uns und es gibt, wo nicht, Private Equity, einfach Menschen, die Firmen kaufen, um Geld zu machen, um wieder zu verkaufen. Also wir bewegen uns auch als Fuchs, als eine Firma, die auf Gedeih und Verderb, sage ich mal, davon abhängig ist, Rohstoffe kaufen zu müssen, ohne Rohstoffe, keine Schmierstoffe, da müssen wir halt in diesem, ja, durchaus schwierigen Wettbewerbsumfeld manövrieren und bisher haben wir das ganz gut gemacht, aber es gibt immer wieder neue Herausforderungen. Und jetzt kommen wir zur Nachhaltigkeit, ich glaube, ich habe es eingangs schon erwähnt, vor, ich glaube, ich kann Ihnen das auch ein bisschen salopp sagen, wie es eigentlich wirklich war, vor fünf Jahren kam der Stefan Fuchs, der Vorstandsvorsitzende und unser damaliger CFO, das war der Dr. Seelen, der ist Ende letzten Jahres in den wohlverdienten Ruhestand gegangen, kamen Sie auf mich zu und haben gesagt, Herr Gusalia, Sie machen ja da Intelligence und Sie haben das alles strategisch aufgebaut und so weiter und das Thema Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr und mehr an Bedeutung und wir wollen da unser Commitment dazu abgeben, wir wollen Nachhaltigkeitsmanagement machen und wir trauen Ihnen zu, dass Sie das tun. Damit wurden auch zwei Botschaften gesendet. Nummer eins, wir wollen unsere Nachhaltigkeit strategisch aufbauen, weil ich habe Erfahrung in der Strategie, aber es gibt auch eine Menge Felder, wo ich nicht so viel Erfahrung habe, das fand ich sehr gut. Und Nummer zwei, wir wollen uns Committen an bestimmten Stellen, das tun wir zwar, ohne dass wir es irgendwo hingeschrieben haben, teilweise sowieso schon seit Jahren, aber wir brauchen ein Nachhaltigkeitsmanagement. Das war eigentlich der Startschuss und das war begleitet von verschiedenen Faktoren. Ich habe es hier mal zusammengefasst. Ich meine, das ist nicht erst seit ein paar Jahren, sondern seit einigen Jahren, dass es verschiedene auch Treiber gibt, interner Natur wie auch externer Natur, die mehr und mehr nach Nachhaltigkeit fragen. Das wissen Sie, das muss ich Ihnen nicht extra sagen, aber für uns war das dann halt auch so zu sagen, wir sollten nicht nur gucken, was die Investoren wollen oder was die Öffentlichkeit will. Es gibt genug interne Treiber, lese ich Ihnen jetzt nicht alle vor, und auch verschiedene externe Treiber, an die man vielleicht nicht unbedingt denkt, die nach Nachhaltigkeit fragen. Und einen möchte ich aber gerne herausheben, wenn Sie hier oben schauen, Leitbild für verantwortliches Handeln. Und es gab im Jahr 2010, Ende des Jahres 2010, eine Initiative der größten Wirtschaftsunternehmen in Deutschland, auch im Nachgang der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008, 2009, hat man alles schon fast vergessen, die zusammengekommen sind hier in Deutschland und gesagt haben, wir müssen die Art, wie wir Geschäfte machen, ein bisschen ändern. Wir müssen fairer werden, wir müssen transparenter werden, es muss Sozialpartnerschaft geben, es muss Nachhaltigkeit geben. Und die kamen zusammen und haben so ein 17-seitiges Leitbild für verantwortliches Handeln erstellt und unter den 20 Pionierunternehmen, die jetzt mittlerweile sind es 50, unter den 20 erst unterzeichnen, war auch Fuchs. Da waren andere Größen wie BASF, das war unter der Schirmherrschaft des Wittenberg-Zentrums für globale Ethik damals, also es war BASF dabei, es war Deutsche Bank dabei und halt eben auch Fuchs. Und das war eigentlich auch ein Treiber für den Vorstand zu sagen, wenn wir als Fuchs, wir unterschreiben nicht alles, aber wenn wir mal was unterschreiben und uns zu etwas committen, dann wollen wir es auch leben. Und wenn da Nachhaltigkeit drin stand, dann sollten wir das auch füllen. Und dann war das alles toll, danke für das Vertrauen, aber am Anfang haben Sie dann ein weißes Blatt Papier. So, mache mal. In Mannheim sagt man oft, mach schmol. Ja, jetzt guck schmol. Und ja, insofern haben wir natürlich geguckt, wir haben uns dann orientiert, da gibt es ja dann Seminare und alles mögliche, also man fängt dann halt langsam an. Und eine Sache, das ist eine Folie, die habe ich seit fünf Jahren, da sehen Sie von der Graduate School Rhein-Neckar, die zeige ich immer noch. Für mich ist das eine wunderbare Folie, weil die eigentlich in einem Nutshell, wie man so schön sagt auf Deutsch, alles zusammenfasst. Wir haben gesagt, hier unten wollen wir auf keinen Fall sein. Also nur das sogenannte Greenwashing, irgendwas Marketing-Lastiges zu tun, ohne dass Prozesse oder so dahinter sind, das ist nicht unsere Welt. Also wenn ich ganz kurz das sagen darf, weil wir ein bisschen Zeit haben, für mich ist das Paradebeispiel, das negative Paradebeispiel vor einigen Jahren gewesen, ohne jetzt eine bestimmte Firma durch den Kakao zu ziehen, da gab es ja diese Katastrophe Deepwater Horizon von BP und so weiter und wenn man sich zurückerinnert, und das kann man auch noch nachlesen, da gab es diese Mega-Katastrophe, man wusste nicht, was passiert ist, das Öl ist Tag für Tag ins Meer geflossen und was haben die gemacht? Die haben einen Tag, nachdem diese Katastrophe war, anstatt nach dem Motto zu handeln, löse das Problem, haben die eine riesige Webkampagne gemacht, auf der Homepage, BP Castrol is donating 10 Millionen Euro to charity. Also das ist für mich ein Beispiel für Greenwashing und hat mit Nachhaltigkeit nichts zu tun. Also wir wollten von Anfang an das nicht. Wenn Sie jetzt da aber oben schauen, dann muss man auch ganz ehrlich zu sich selbst immer sein, ein umfassender Anspruch über die drei Säulen der Nachhaltigkeit ist mit Sicherheit ein honoriges Ziel. Sie finden auch Projekte, und wir haben auch einige gefunden, wo Sie gleichzeitig was für den Carbon Footprint tun können, den reduzieren können, Geld sparen können oder Gewinn machen können und eine soziale Wirkung haben. Es gibt solche Projekte, aber es gibt nicht nur solche Projekte. Wenn man ganz ehrlich ist und in den Spiegel guckt, kostet Nachhaltigkeit am Anfang auch erst mal Geld, bis der Return on Invest später kommt. Und da die Leute dann mitzunehmen und zu sagen, der Return on Invest, lieber Kaufmann, ist halt nicht drei Monate, sondern der kann auch mal fünf Jahre sein, da muss man auch ein Mindset haben, den man dann ändert. Aber wo ich denke, wir immer noch sind, um ein bisschen bescheiden zu sein, wir sind auf dem Weg dorthin oder versuchen dorthin zu kommen, aber wir haben die Nachhaltigkeit so verstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Standardisierung, eine Optimierung, wir wollen unsere ganzen Ideen immer möglich eine nachhaltige Komponente hinzufügen. Das ist ein seriöser Anspruch gewesen. Und dann haben wir gesagt, klar, das bedeutet auf Deutsch, wir wollen weiterhin Gewinne machen. Warum auch nicht? Das ist nichts Unethisches. Ich erinnere mich an ein Seminar, ich weiß nicht mehr, wo es war am Anfang. Da war ich dann drin, ungefähr 200 Leute, ich glaube, das war im Marfinex und da war ein Redner, kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, aber der hat Folgendes gemacht, da waren so 200 Leute und dann hat er als erstes in die Runde gefragt, guten Tag, meine Damen und Herren, ich stelle Ihnen jetzt eine Frage, was ist das nachhaltigste Ziel eines Unternehmens? Dann ist meistens halt Schweigen, alle ducken sich weg, keiner will was sagen und dann hat er kurz abgewartet und dann hat er das nochmal gefragt, hat keiner was gesagt und dann hat er gesagt, ich werde es Ihnen sagen, das nachhaltigste Ziel eines Unternehmens ist es, Gewinne zu machen, Punkt. Das war eine bewusst provokative Frage, hat nichts anderes gesagt. Und dann kam eine Diskussion, ich habe das lange im Kopf gehabt und habe das weiter gesponnen und sage dann jetzt oftmals gerne, das nachhaltigste Ziel eines Unternehmens im Wirtschaftsgeschehen ist es, Profite zu machen, was sich aber geändert hat, ist die Art und Weise, wie man diese Profite macht. Wenn Sie vor 20 Jahren einen Manager gefragt haben oder vor 25 Jahren, was sind deine drei P's oder drei P's, dann hat er meistens gesagt, Profit, Profit, Profit. Und ich möchte halt gerne für uns und auf diesem Weg sind wir, dass wir sagen, wir haben immer noch die drei P's, aber die stehen halt für Profit, für Planet und für People. Das heißt, wir wollen Profite machen, aber während wir diese machen, müssen wir gucken, was machen wir mit dem Planeten, inwieweit ist der Impact gut oder schlecht für den Planeten und unsere Leute wollen wir da mitnehmen. Das heißt, es geht halt auch darum, Arbeitssicherheit, es geht darum, die Leute weiterzubilden und so weiter und so weiter. Insofern habe ich Ihnen diese Säule erklärt und diese, es gibt da halt in unserer Definition eine interne Komponente, das bedeutet, was tun wir für unsere Mitarbeiter, und eine externe, das bedeutet, was tun wir für die Gesellschaft, wenn wir jetzt 33 Produktionsstätten haben, in Mannheim am längsten sind, was geben wir denn als Good Corporate Citizen dem jeweiligen Standort zurück, wo wir so lange sein dürfen. So, relativ simpel. Und warum habe ich das ausgespart? Das Wichtigste aber für uns, wir wollen die Verankerung von Nachhaltigkeit vor allem ökologisch treiben, mit dem Einkauf, mit R&D, mit Supply Chain, weil am Ende des Tages müssen wir die Produkte, die vielleicht dann nachhaltiger sind, ja aber auch verkaufen können. Und der Kunde ist natürlich nicht immer überall, vor allem nicht im B2B-Geschäft, momentan noch bereit, der fragt nach Performance und nach Preis und nach Nachhaltigkeit nicht unbedingt. Das hätten wir gerne alle anders, mit Sicherheit, aber es ist halt so, wie es ist. Performance muss stimmen und Preis muss stimmen und das mit der Nachhaltigkeit kommt halt eben. Im B2C-Bereich ist es schon da, Textilindustrie und so, da steigt der Druck und ich sehe das bei uns auch kommen. Also wir haben gesagt, unsere Produkte müssen nachhaltig sein und was bedeutet das überhaupt? Wir haben gesagt, unsere Produktionsprozesse müssen nachhaltig sein, von den Lieferanten, die wir kaufen, die müssen Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und die Lieferung, das heißt die Produkte, die wir von denen kaufen, die Rohmaterialien, müssen auch Nachhaltigkeit haben und dann haben wir, das müssen Sie jetzt nicht alles lesen, irgendeine, wie soll ich so schön sagen, eine rote Schnur oder irgendwas, an dem man sich orientiert, sollte man schon haben. Und ich habe jetzt ein paar Folien einfach rausgenommen, um Ihnen anhand von den Punkten mal zu sagen, was wir gemacht haben. Da steht dann zum Beispiel drin, Nachhaltigkeitsstrategie, Werte, Ziele. Dieser Satz wurde gesagt vor mehr als 80 Jahren vom Unternehmensgründer und der stand drin in unserer 75-jährigen Chronik und anhand dieses Satzes hat der Unternehmensgründer Rudolf Fuchs damals begonnen, nicht nur einfach Schmierstoffe zu verkaufen in Mannheim, sondern er hat gesagt, ich will qualitativ hochwertige Schmierstoffe, die gab es in Deutschland nicht, also hat er sie aus USA importiert. Das war quasi der Beginn von Fuchs Schmierstoffe. Das benutze ich immer ganz gerne, weil ich wirklich denke, da hat jemand eine Vision gehabt und ein Credo und das sollte man im Rahmen der Nachhaltigkeit, das kommt uns ja sogar entgegen, weiterführen. Und da haben wir dann gesagt, so, aber wie fangen wir es denn jetzt an? Und da gibt es ja dieses berühmte Stichwort, deswegen, ich komme ja hier von der Uni und ich bin teilweise dann auch digital veranlagt, wenn Sie von der Uni kommen, ohne Zahlen geht es nicht, ist so. Und was wir nicht messen können, können wir nicht managen und was wir nicht managen können, können wir nicht optimieren. Und da ist halt keine Key-Performance-Indikatoren. Gab, mussten wir halt welche schaffen. Also wir haben insgesamt 16 Key-Performance-Indikatoren etabliert und die von unseren Gesellschaften melden lassen. Davon waren vier ökonomische, auf die möchte ich jetzt nicht so arg eingehen, denn ganz ehrlich, da haben wir das Rad nicht neu erfunden, da haben wir aus dem ganzen Set von Finanzindikatoren vier ausgewählt, die eine nachhaltige Wirkung haben. Da ist zum Beispiel drin der Fuchs Value Added, das ist unsere zentrale Kennzahl, da ist der EBIT drin, ja, wir wollen Profite machen, da ist auch das Netto-Umlaufvermögen drin, um mal was zu sagen, weil wir wollen nicht nur einfach Profite machen, wir müssen auch unsere Kapitalkosten im Blick haben und da ist auch die Dividendenentwicklung drin, denn unsere Shareholder sollen auch nachhaltig bedient werden und teilhaben an unserem Geschäftserfolg. Fuchs, wenn ich das einmal sagen darf, so ein bisschen Werbung darf man ja machen, ist seit 1985, 1985 an der Börse und hat nicht nur in jedem Jahr konsequent eine Dividende gezahlt, auch in der Krise, sondern hat bis auf zwei Ausnahmen Jahr um Jahr diese Dividende auch erhöhen können. Also nur um mal zu sagen, wir haben vier ökonomische Kennzahlen genommen, wir haben vier ökologische genommen, die zeige ich Ihnen gleich, und acht soziale. Unter den ökologischen ist zum Beispiel die Entwicklung des Energieverbrauchs gewesen, wie viel Energie verbrauchen wir für die Produktion von einer Tonne Schmierstoff? Und ich möchte Ihnen jetzt schon sagen, salopp, die Zahl dahinter, ich sage Ihnen auch gleich warum, für mich ist das auch mehr oder weniger strahlegal, ob da jetzt 240 stehen oder 280, weil solange Sie keinen Benchmark haben, was denn eine gute Zahl für unsere Gesamtindustrie ist, und das gibt es nicht, wir sind leider, sage ich, das einzige Schmierstoffunternehmen der Welt mit Schmierstoffen als Kerngeschäft, was diese Zahlen veröffentlicht. Das ist dann zwar toll, Sie kriegen viele Schulterklopfer, Mensch, prima, ich von der Competitive Intelligence Seite sehe das als kleines Problem, weil ich habe überhaupt keine Möglichkeit, das zu Benchmarken. Ist das ein guter Wert oder ein schlechter Wert? Es nützt mir nichts, wenn ich das vergleiche mit der BSF oder mit der Henkel, insofern ist es zwar toll, dass wir KPIs haben, aber Sie können die KPIs immer nur werten, wenn Sie eine Referenzgröße haben. Aber Sie können sich, wenn Sie wollen, merken, der Ölfuchs verbraucht 250 Kilowattstunden an Energie, wenn er eine Tonne Schmierstoff herstellt. Was viel wichtiger ist, ist, wo gehen wir hin und wie reduzieren wir das? Ich muss mich dafür entschuldigen, ich habe einige Folien auf Englisch, weil die kommen teilweise direkt von den Gesellschaften und die habe ich jetzt nicht übersetzt. Aber was haben wir gemacht zur Energiereduktion? Zum Beispiel ist das ein Beispiel aus den USA, man hat einen Ingenieur an die Hand genommen und hat gesagt, jetzt geh mal durch das ganze Schmierstoffwerk und guck mal an, wo man Isolierungen anbringen kann, wo vorher keine sind und rechne das mal alles durch und Sie sehen ja, man hat es gemacht, es hat Geld gekostet, aber der Payback war halt dann eben 15 Monate und nicht vielleicht drei Monate oder sechs, wie es der Betriebswirt gerne hätte, aber dann habe ich das einmal investiert und das spare ich ja jedes Jahr ein. Also ich habe ein bisschen Geld ausgegeben und dafür habe ich aber nachhaltig Energie gespart. Das finde ich ein sehr schönes Beispiel und wenn ich jetzt auf Wasser komme, zweite Indikator bei uns ist Wasser, gehe ich auch schnell drüber, also wir verbrauchen ungefähr 500 Liter Wasser für die Produktion von einer Tonne Schmierstoff. Was bedeutet das? Ist ein guter Wert oder ein schlechter? Keine Ahnung. Kann ich Ihnen sagen? Keine Ahnung. Aber was wir machen können, ist zu versuchen, auf diesem Niveau runter zu kommen? Ceteris paribus bei gleichem Output. Ganz kurzer Hinweis zu diesem Wert, was man natürlich auch immer beachten muss, warum ist es so extrem bestiegen, da wieder runtergegangen? Es gibt bei uns bei den Schmierstoffwerken auch immer Portfolioverschiebungen und je nachdem, welche Produkte Sie produzieren, brauchen Sie mehr Wasser, zum Beispiel Kühlwasser oder weniger Wasser. Das heißt, es ist nicht, da hat jemand den Haar nicht abgedreht, sondern da gab es extreme Portfolioverschiebungen und dann haben wir es aber trotzdem geschafft, beim neuen Portfolio das wieder fast auf den Ausgangswert runterzubringen. Aber das ist ein schönes Beispiel zur Wasserreduzierung. Wir haben da ein Fett, ein Grease Reaktor heißt, wir kochen Fette, da brauchen Sie Kühlwasser und am Anfang hat man halt einfach Wasser genommen, den Reaktor gekühlt oder das Fett plant gekühlt und das Wasser ist direkt ins Abwassersystem gelaufen. Das ganze System war so ausgelegt, dass es kühlt und ins Abwasser läuft. Dann haben die gesagt, das ist ja eigentlich Quatsch, vielleicht können wir da so einen Zwischentank installieren, wo das heiße Wasser aufgefangen wird und wenn es abkühlt, dann zirkuliert es wieder in den Prozess zurück und wir müssen nicht alles verschwenden. Das haben die gemacht, das hat auch geklappt und hat es reduziert. Nichtsdestotrotz war es so, dass man immer mehr Wasser gebraucht hat, als der Tank Zeit hatte, das warme Wasser abzukühlen. Das heißt, man musste immer noch eine geringe Menge ins Abwassersystem leiten, verschwenden und dann hatten die eine wunderbare Idee und deswegen ist das für mich ein wunderbares Beispiel für Nachhaltigkeit. Dann haben die gesagt, Mensch, Moment mal, wir haben doch so viele Schmierstoffe, die auf wasserlöslicher Basis sind, wo sie nichts anderes als Wasser brauchen, um den Schmierstoff quasi vorzustellen. Warum nehmen wir denn nicht einfach das Wasser aus diesem Tank, wenn es natürlich eine entsprechende Konsistenz hat und produzieren damit einen Teil unserer Schmierstoffe, wo es geht und das haben die gemacht und deswegen war das für mich, als ich das ging, ein wunderbares Beispiel für Nachhaltigkeit in Verbindung mit Wasserreduzierung und unserem Geschäft. So und da gehe ich noch schneller drüber. Im Prinzip kann man hier sagen, ja, wir haben auch Abfall, 30 Kilogramm pro Tonne, mal 31, mal 32, sagt mir auch nichts, weil ich nicht weiß, was meine ganzen anderen Schmierstoffhersteller im Wettbewerbsumfeld für Zahlen haben. Wichtiger für mich ist dann wieder, wie spare ich denn Abfall? Auch ein englisches Beispiel, also wenn Sie so einen Schmierstofftank haben, müssen Sie sich vorstellen, wo Sie verschiedene Öle mischen, dann muss dieser Tank dann auch für den nächsten Prozess gesäubert werden. Das hat man in der Vergangenheit oder macht man halt sehr oft mit sogenannten Spülölen, wo der Tank dann gereinigt wird und diese Spülöle sind Abfall. Und dann hat man jetzt hier am Standort Mannheim gesagt, Mensch, wenn ich da jetzt bestimmte Tanks habe, die eine ganz glatte Oberfläche haben, die auch so eine konische Oberfläche haben, dann brauche ich vielleicht keine Spülöle und man braucht sie nicht, man hat da dann praktisch so ein Zirkulationssystem, was mit Druck Luft in diese Tanks pumpt und langsam sich absenkt und so reinigen Sie die Tanks, ohne Spülöle zu verwenden. Auch ein schönes Beispiel für Abfallreduzierung. Und jetzt wird es ein bisschen zahlenlastig, aber es ist eigentlich eine Geschichte, die wir gerade dieses, Entschuldigung, vergangenes Jahr mit einem Projektpartner fertiggestellt haben. Es gibt, ohne jetzt zu weit zu gehen, laut Greenhouse Gas Protocol ein ganz bestimmtes Schema, wie Sie den Carbon Footprint für jedes Unternehmen berechnet müssen. Das besteht aus dem Carbon Footprint von Energie, dem Carbon Footprint von zum Beispiel dem Fuhrpark und solchen Sachen. Das Wichtigste aber ist, oder der größte Hebel liegt im sogenannten Scope 3, also in den indirekten Emissionen, die Sie berechnen können, die zustande kommen aufgrund von Transporten von Rohmaterialien, aufgrund von Produktionsabfällen. Wenn wir durch die Gegend fliegen, alle Fuchsmitarbeiter, dann tragen wir auch indirekt zum ökologischen Fußabdruck, zum Carbon Footprint der Welt bei. Und es gibt Mechanismen, klare Regeln, wie man das berechnen muss. Natürlich nicht für die Schmierstoffindustrie, das war das Tolle an diesem Projekt. Wenn die Mitarbeiter pendeln, gibt es auch ein Carbon Footprint und die Dienstwagenflotte. Und wenn unsere ganzen Schmierstoffe an die Endkunden transportiert werden, dann müssen wir uns das auch zurechnen. Das war ein einjähriges Projekt mit einem Projektpartner und wir haben das erstmals berechnet und auch berichtet. Wenn Sie jetzt fragen, was bringt uns das? Nummer eins, was man nicht messen kann, kann man nicht managen und Nummer zwei, ich sehe schon in irgendeiner Zeit, da bin ich glaube ich kein Träumer oder ich möchte es nicht sein, jetzt noch nicht, die Möglichkeit, dass die Tatsache, dass Sie ein Carbon Footprint bei Ihrem Produkt haben oder bei Ihrem Unternehmen auch als Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb verwenden können, aber nicht einfach, weil ich sage, unsere Schmierstoffe sind ökologisch, sondern weil ich es belegen kann mit Zahlen. Nochmal, was ist das Problem? Das Problem ist, wir sind die Ersten und die Einzigen, die es im Moment machen, aber ich sehe da Druck auch in der Branche, dass sich das ändern wird. Nur ein Hinweis, ab 2017, vielleicht haben Sie es gehört, gibt es eine EU-Richtlinie, wonach alle Unternehmen, unabhängig von der Branche, die 500 Mitarbeiter haben, nicht finanzielle Leistungsindikatoren, wie zum Beispiel Wasser, Carbon Footprint berichten müssen, ob die wollen oder nicht. So, also es wird kommen, da kann ich mal drüber hinweggehen, wir haben auch unsere gesamten Weltfuhrparks ausgestattet mit CO2-Richtlinien, sodass bestimmte Fahrzeuge nicht mehr bestellt werden können. Sie können sich vorstellen, wenn Sie schon vorher keine Freunde im Konzern vielleicht hatten, bei sowas geht dann auch der Letzte, weil mit Dienstwegen und sowas ist alles emotional, alles emotional. Dann gibt es natürlich Leute, jetzt kommt der jetzt auch nicht, jetzt kann ich das nicht mehr bestellen und so weiter, wobei das halt auch gar nicht stimmt, denn gerade im Premium-Bereich wird schon per se über die Jahre ja versucht, weil ja auch die Automobilhersteller Druck bekommen, diese CO2-Werte zu reduzieren. Das heißt, am Ende des Tages war es viel Rauch um nichts, es war nicht so, dass alle ihr Auto abgeben mussten. Nur wir haben bei den Neubestellungen halt bestimmte CO2-Limits gesetzt und die haben wir uns nicht ausgedacht, sondern es gibt diese Behörde da unten, die weltweit landesspezifisch ja diese Werte vorgibt. Ob die Werte so bleiben oder nicht, müssen wir nach dem VW-Skandal jetzt abwarten, da ist ja sehr viel in Bewegung gekommen, aber wir haben hier auch versucht, die CO2-Werte zu reduzieren. Dann zum Thema Umsetzungsinstrumente, es gab eine Menge Codes und Guidelines, da gehe ich jetzt mal schnell drüber, die es ohnehin bei uns schon gab und da geht es halt darum, dass man sein Geschäft ordentlich führt, das hat für mich aber mit Nachhaltigkeit nur sehr wenig zu tun. Viele beschränken Nachhaltigkeit nämlich auf Code of Conduct und wir haben keine Kinderarbeit, das ist alles richtig, aber das sagt schon die Compliance, Nachhaltigkeit bedeutet für mich viel, viel mehr und deswegen haben wir das alles niedergeschrieben in einem Nachhaltigkeitsleitfaden, der vom Vorstand unterschrieben wurde im Jahr 2012 und es hilft uns sowohl in der internen Kommunikation der Thematik in der Gruppe, aber wir kriegen halt auch zunehmend eine Menge Questionnaires von Kunden und von Suppliern und wir sind halt Fuchs mit 5000 Mitarbeitern und nicht mit 50.000 und insofern können wir nicht jedes Questionnaire beantworten, sondern dann sagen wir einfach, das ist unser Commitment hier in der Nachhaltigkeit und dann hängen wir das als PDF dran und es gibt natürlich ein paar Kunden, da reicht es nicht, kann man auch sagen, aber bei den meisten Kunden, die sind zufrieden mit diesem Ding. Dann bin ich jetzt immer noch in dieser Übersicht, kann nur ein paar Beispiele rausnehmen, da steht dann zum Beispiel bei Kerngeschäft, was tun wir, zum Beispiel Energieproduktivität und CO2-Reduzierung, Energieeffizienz, da haben wir auch Folgendes gemacht, wir haben mal bei den ganzen Werken, das hatten wir vorher nicht geguckt, wie ist denn der Mix der Energie, die wir einkaufen, wie viel zahlen wir dafür und wie ist denn der Carbon Footprint hinter der eingekauften Energie, Sie werden wissen, dass jede Energieart einen ganz bestimmten, der ist berechnet, den haben wir nicht berechnet, der ist beim Öko-Institut, können Sie den abfragen, einen ganz bestimmten ökologischen Fußabdruck nach sich zieht und dann ist der zum Beispiel bei Strom doppelt so hoch wie bei Gas und wenn man dann auch schaut, dass die Kosten von Strom weltweit immer noch viel höher sind bei Gas, war die simple Botschaft an unsere Plants, die meistens ja immer das alles nicht aus bösem Willen so tun, wie sie es immer gemacht haben, guckt doch mal da drauf, Entschuldigung, da ist der Mann immer halt, der durchkommt manchmal, guckt doch mal da drauf und überall dort, wo ihr Strom mit Gas ersetzen könnt, tut ihr zwei Sachen, Nummer eins, ihr senkt den Carbon Footprint eures Energieeinkaufs und ihr spart auch Kosten, weil es ist halt auch so, manche Leute kriegen sie halt dann besser überzeugt, wenn sie auch sagen können, es ist billiger, natürlich wäre es schöner, wenn ihr nur auf den Carbon Footprint gucken könnt, aber so ist die Welt halt eben nicht, aber das war eine relativ sinnvolle Übung, dann springe ich jetzt mal und gehe auf die dritte Säule, was tun wir, da sehen Sie zum Beispiel hier Mitarbeiter, wir haben, ich hatte es eingangs erwähnt, vier ökonomische Nachhaltigkeits-KPIs für ökologische und wir haben acht soziale KPIs seit fünf Jahren, die wir erheben, da gibt es auch eine lustige Geschichte, weil da habe ich mir gedacht, vor fünf Jahren, ich muss nicht das ganze Rad neu erfinden, bei den sozialen Nachhaltigkeits-KPIs, das sind ja nichts anderes als HR-Indikatoren, da gehe ich mal bei uns in die HR-Abteilung und dann hole ich mir diese ganzen Zahlen, wie Durchschnittsalter und sowas und habe dann festgestellt, das haben wir nicht, habe ich gesagt, wie ist denn Durchschnittsalter im Konzernfluktuation, das haben wir nicht, haben wir alles nicht, ja, so, da habe ich gesagt, schön, also haben wir auch diese Indikatoren quasi seit fünf Jahren erstmals im Gesamttool so erhoben und das hat zwar was mit Nachhaltigkeit zu tun, das hat aber auch was einfach damit zu tun, wie der Konzern strukturiert ist, wo haben wir Blindspots, wo müssen wir gucken, ob wir Employability herstellen können und alte Mitarbeiter zu früh gehen, Erfahrene, es gibt da den nächsten leer, da steckt halt sehr viel Musik drin und ich will halt nur sagen, Unfallzahlen und Krankheitswerte, die sind erst mal so, wie sie sind, aber wenn man da tiefer reinguckt, kann man ja auch schauen, kann ich da vielleicht was machen, liegt es am Konzern, liegt es daran, dass der Druck zu hoch ist, es gibt eine Menge Möglichkeiten und Hebel, hier was zu verbessern und es hat was mit Nachhaltigkeit zu tun, ich will ja jetzt nicht zu tief gehen und was natürlich besonders freut ist, das Thema heißt ja Weiterbildung, wir haben es geschafft, die Stundenzahl der Weiterbildung mehr als zu verdoppeln bei uns im Konzern, was auch eine nachhaltige Entwicklung ist, kann auch hier sagen, vielleicht Fluktuationsquote, da erlaube ich mir bei den sozialen Indikatoren eher einen Vergleich mit Firmen in der Chemieindustrie, als jetzt bei den KPIs bei Ökologie, das heißt, da können Sie ja schon mal gucken, gut, wir sind Standort Mannheim, wie ist denn da so ungefähr die Fluktuationsquote, Sie können gucken, wir sind Chemieindustrie, wenn auch am Ende, wie ist denn in der Chemieindustrie das, also da sage ich mal, lasse ich einen Vergleich in ungefähr zu und da sind wir mit 3,6% haben wir sicher einen guten Wert, das spricht für die Loyalität und für das Vertrauen in die Firma Fuchs, ich glaube auch 11 Jahre ist eine sehr hohe Zahl, aber ja, es gibt immer noch, wie sagen die Engländer immer, there is no bigger room than the room for improvement, also man kann da immer noch was machen und dann komme ich jetzt mal kurz auf die Lieferkette, das sind ja alles Punkte von diesem, was tun wir, von dem Gert Hofiel und Code of Conduct für Lieferanten, das ist uns insofern wichtig, weil wenn Sie 100% der Rohstoffe von externen kaufen und Sie Nachhaltigkeit sich auf die Fahne geschrieben haben, dann müssen Sie auch ein bisschen darauf achten, von wem kaufe ich denn da und was kaufe ich denn da, insofern haben wir halt, wie Sie es hier sehen, alle unsere Schlüssellieferanten gefragt, wir bekennen uns zum Code of Conduct bei Fuchs und Nachhaltigkeit, tust du das auch? Bei den Schlüssellieferanten war es ehrlich gesagt kein Problem, weil das sind die großen Mineralölkonzerne, die selber unter dem Radar sind, das heißt, da haben wir eine 100%ige Rücklaufquote gekriegt und alle haben sich committed. Natürlich haben nicht alle unseren Code of Conduct unterschrieben, das tun wir auch nicht, wenn unsere Kunden das fragen, aber die haben das Gleiche gemacht, was wir machen, die haben ihre eigenen ethischen Standards in ihrem eigenen Code of Conduct uns geschickt und wir haben einen Haken gemacht. Warum ist das wichtig? Weil wir von unseren Kunden auch oft gefragt werden in Questionnaires, ihr habt Nachhaltigkeit, Fuchs, das glauben wir euch, aber wie sichert ihr denn die Nachhaltigkeit in der vorgelagerten Wertschöpfungsstufe und dann können sie den Zettel zumindest rausholen und können sagen, wir sind nicht zu den Plans gegangen, das können wir auch nicht immer, aber wir können sagen, wir haben ein Blatt Papier in der Hand und immerhin haben die unterschrieben. Das ist was, was wir vorher nicht hatten. Bei den lokalen Lieferanten in China und so weiter, da war es schon schwieriger, die hatten nichts in der Hand, die sind auch nachhaltig, aber die mussten erst mal gucken, die mussten zusammenschreiben, da ist die Awareness oder die Sensibilität noch nicht so, was für mich immer schwierig verständlich ist in einem Land wie China oder Shanghai, wo sie nicht mal fünf Minuten auf die Straße gehen können, ohne irgendwie einen Asthmaanfall zu kriegen. Da sage ich halt immer, wenn man sagt, ja in China und in dem und dem Land, da spielt es keine Rolle, sage ich Vorsicht. In China ist die Mentalität ja immer so, wenn da mal von ganz oben der Schalter umgelegt wird, dann wird es durchexerziert überall und zwar ganz schnell, dann muss alles nachhaltig sein und dann sind wir besser vorbereitet, als dass wir dann nicht mehr hinterherkommen. Das nur mal als Randbemerkung. Ja und wir gucken uns auch bei neuen Lieferanten jetzt mehr mit einer Checkliste an. Sorgst du für Sicherheit? Wie nachhaltig ist dein Produkt? Hast du ein Code of Conduct? Und letzte Rubrik, gesellschaftliche Wirkung, was tragen wir bei? Wir haben auch bei verschiedenen Initiativen und vor allem bei unserem eigenen Branchenverband, dem Verband, wo ist er denn? Ja in der Mitte, der Schmierstoffindustrie, sind wir dabei mit denen zu sprechen. Da gibt es auch noch kein Nachhaltigkeitsbekenntnis in dem Sinne und ich kam ja vorhin auf die Standards und die Benchmarks und wir versuchen jetzt zusammen mit den anderen Firmen einen Nachhaltigkeitsstandard und Benchmark für unsere Industrie zu entwickeln. Denn wie gesagt, es macht keinen Sinn, wenn wir uns immer mit der Mineralöl- oder Chemieindustrie vergleichen. Wir brauchen unsere eigenen Standards und die gibt es halt eben noch nicht. Letzter Punkt dazu, wir tun das nicht nur alleine zum Selbstzweck, wir haben mit sehr viel, sind wir in die Vorreiterstellung gegangen, warum machen wir das? Weil, die Frage kriege ich auch oft vor, stand, ja das ist alles gut, aber kriege ich manchmal die Frage, meinen Sie nicht, Herr Gosalia, wir teilen ein bisschen zu viel, wir machen die Arbeit für andere mit und dann sage ich doch, das tun wir, aber es nützt uns später nichts, wenn wir als einziges Schmierstoffunternehmen uns auf die Schulter klopfen können, das haben wir alles und die EU kommt dann und will aber einen Branchenstandard haben und wenn wir uns keinen schaffen, davon bin ich fest überzeugt, dann schaffen die uns einen und wenn wir aber einen haben und sagen können, ja liebe EU, kriegen ja immer ganz wunderbare Ideen manchmal, wir haben das alles schon gemacht, dann glaube ich, geht es uns als Branche besser. Insofern, ja, also wir können da nachher gerne darüber diskutieren, aber so sehe ich das wirklich. Was wir gemacht haben, wir haben uns zu einer Sache committed, neu, am Anfang des Jahres 2015, ohne da zu tief zu gehen, das ist eine Initiative der weltweiten Chemieindustrie und heißt Responsible Care. Kurzum, da bekennt man sich an jedem Standort nachhaltige Grundprinzipien, was die Sicherheit der Produktion, was die Mitarbeiter und Sonstiges angeht, nicht nur zu erfüllen, sondern das wird auch nachgeprüft. Es gibt lokal unterschiedliche Adaptionen, das heißt, es muss nicht in der ganzen Welt der gleiche Standard gelten, das ist auch nicht nötig, aber der landesspezifische Standard von Responsible Care, dazu haben wir uns verpflichtet und das machen unsere Gesellschaften auch und wenn ich da dann sehe, Transparenz, transparente Kommunikation, ja, das gehört auch dazu, natürlich haben wir einen Geschäftsbericht, aber dazu gehört für mich auch, ja, jetzt kein Apostel, aber für mich bedeutet Nachhaltigkeit auch im gewissen Sinne eine Ehrlichkeit, wir müssen nicht immer das berichten, was gut gelaufen ist, es gibt auch bestimmte Prozesse, die am Anfang vielleicht daneben gehen und dann ist es keine Schande, sondern dann berichtet man, wo wir noch nachjustieren müssen, also ehrliche Transparenz. Hier nur kurz ein Ausschnitt, wie gesagt, wir haben einen neuen Geschäftsbericht, den seit zwei Wochen gibt und wir haben eine Homepage und da gibt es verschiedene Informationen, was ich sehr schön finde, unter anderem beim neuen Geschäftsbericht, der heißt weltweit Maßstäbe setzen, das gehört eben genau zu dem, was ich vorher sagte, das wollen wir auch bei der Nachhaltigkeit tun und normal sollen man ja nicht zu viel Text in eine Folie schreiben, den Exzerpt wollte ich Ihnen aber nicht vorenthalten, das ist kein Exzerpt aus dem Nachhaltigkeitsbericht, sondern ein Exzerpt, den mein Chef geschrieben hat im Forschung- und Entwicklungsbericht und es sind zwar nur sechs Zeilen, aber es steckt eine Menge Musik drin, denn da haben wir auch öffentlich uns bekundet und auf die Fahne geschrieben, es gewinnt an Bedeutung, wir haben Ziele, es wird ein Spezifikationsbestandteil zukünftig für Schmierstoffe sein und wir wollen das und das tun, also das ist für mich ganz wichtig und im Prinzip geben wir auch mit unserem neuen Brandwarehouse, das gibt es wirklich nur seit zwei Tagen, ein Versprechen ab, dass wir halt eben nicht nur für Sicherheit und für Effizienz, sondern auch für Nachhaltigkeit mit unseren Produkten sorgen wollen, da bin ich jetzt ganz am Ende, das ist auch die letzte Kette, Entwicklung Zivilgesellschaft, natürlich haben wir bürgerschaftliches Engagement oder Corporate Citizenship, also wir haben mal erhoben, welche Art und wo unsere weltweiten Gesellschaften das einsetzen, wobei ich auch sage, es tun viele schon vieles bei uns in der Gruppe, aber es gibt auch viele größere, die noch mehr tun können und das sagen wir dann auch, wenn wir die Gesellschaften besuchen, das habe ich mir erlaubt, jetzt reinzumachen, weil also unser Team für die Intelligence und für die Nachhaltigkeit besteht in Anführungszeichen aus drei Menschen, das sind die drei und deswegen freue ich mich jetzt aber auch gleich, wenn ich auf die Frau Feller kurz verweisen darf nochmal, die ist Werksstudentin bei mir und hat vorher ein Praktikum gemacht, also es sind fest diese drei, wir arbeiten aber auch sehr viel, sonst geht es einfach nicht mit Werksstudenten und mit Diplomanten, Praktikanten zusammen, im Moment ist es auch seit zwei Jahren wirklich so, dass zwei Stellen mitunter permanent irgendwie im Jahr auch besetzt sind, sind nicht immer die gleichen, aber sonst geht es einfach nicht und was noch dazu kommt, es gibt ja nicht nur die Holding und Mannheim, sondern was wir gemacht haben, wir haben in jeder unserer 23 Produktionsstätten sogenannte LSOs, Local Sustainability Officer etabliert, die quasi zu mir oder zu uns ein Counterpart sind, die mir Hinweise geben, Impulse, wo ich aber auch dann teilweise sagen kann, habt ihr das und das schon gehört, da kommt das und das auf uns zu und wir tauschen uns aus, ich habe mit meinem ehemaligen Mitarbeiter in den letzten zwei Jahren alle Produktionsstätten besucht in der ganzen Welt und wir haben da jeweils so ungefähr einwöchige Sustainability Meetings gemacht mit der Geschäftsführung, damit da eine gewisse Awareness auch da ist und das ist da ganz gut gelaufen und was wir auch haben seit drei Jahren ist ein sogenanntes Fuchs Sustainability Committee, was zwei, dreimal im Jahr zusammenkommt, wo wir bestimmen und verabreden, was wollen wir denn noch tun, auch diese Zusammensetzung ist für mich wichtig, da ist der Chef der größten Produktionsstätte dabei, es ist als Repräsentant des Sales und Vertrieb, wir haben keinen Global Sales Director, aber die OEM-Sparte ist für ein Drittel unserer Sales verantwortlich, wie gesagt, ich muss ja das auch irgendwie verkaufen können, nicht im Sinne des Marketings oder des Greenwashings, aber ich muss es ja auch dem Kunden erklären können, es ist der Einkauf drin, ganz wichtig, es ist R&D drin und der Dr. Lindemann ist ab und an mal dabei, nicht immer und das ist mein letztes Slide, das haben wir uns mal selber so zusammengestellt, was wollen wir in der Zukunft erreichen, für mich geht es halt vor allem darum, dass wir nicht die einzelnen Säulen nur betrachten und dort weiterkommen, es geht darum, schaffen wir es zum Beispiel ökonomisch, ökologisch was zu tun, das Beispiel mit der Energie ist da ein gutes, ich kann auf der einen Seite den Carbon Footprint senken und auf der anderen Seite auch die Kosten senken und energieeffizienter sein, das ist eine Sache. Wenn Sie mich jetzt fragen sozial, ökonomisch, ich habe es vorhin kurz erwähnt, wir haben natürlich Unfälle und Krankheitstage und wenn man da ein bisschen tiefer reinguckt, jeder Unfall und jeder Krankheitstag kostet Geld, man kann das ja alles monetarisieren, wie lange steht da irgendwas still, natürlich gibt es dann Ersatz, was kostet mich das alles, das haben wir noch nicht gemacht, aber da gibt es Möglichkeiten und Suffizienz, zum Beispiel wenn Sie Carsharing-Programme einführen, das ist für mich ein Beispiel, wo Sie auf der sozialen Ebene einen Wandel herbeiführen und ökologisch hat das natürlich auch einen Sinn. So, so viel von meiner Seite, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.